Hallo und willkommen zurück zu Elex. Ja, ich habe beim letzten, oder nach dem letzten Mal, mich mal schlau gemacht, was das Ablaufen von Quests betrifft. Und es gibt quasi keine Quests, die zeitlich limitiert sind. Und ich war einfach nur zu blöd, diese Quests zu finden. Denn die Quests mit dem Zeug, die ist hier unter der Hauptquest drin. Das ist halt ziemlich unübersichtlich, finde ich. Das ist jedenfalls auch da oben. Eigentlich sogar ziemlich nah. Da gehe ich aber jetzt erstmal nicht hin. Was ich jetzt mal machen will, ist... Eigentlich hatte ich ja gesagt, dass ich dahin gehe. Das würde ich aber jetzt auch nicht machen. Was ich jetzt machen werde, ist diese Quest für diesen potenziellen Begleiter machen. Denn dadurch, dass ich so schwach bin, macht es vielleicht Sinn, dass ich mir erstmal diesen Begleiter dazu hole, dass der mir die Sachen umbringt und ich die dann einfach ein bisschen noch beschieße. Hier, der ist ja beispielsweise recht nah. Wir könnten... Ja, auch dann da runter, denke ich. Äh... Äh... Jo. Mal zischel. So, das heißt, da müssten wir durch und dann rechts raus, oder? Falls da so ein Ausgang war... Falls da so ein Ausgang war... Ja. Ja. Wir haben ja auch wieder ein paar Pfeile. Natürlich schön, wenn man hier auch die Munition komplett sehen könnte. Wobei man das wahrscheinlich sogar machen kann. Indem ich die... Wo ist denn das? Oh, Magie? Drohnenkontrolle. Mhm. Macht wahrscheinlich nichts, aber... Ja, gucken wir mal. Ah, hier. Einfacher Holzpfeil. Ne, die können wir nicht auf... Nicht auf irgendeinen Slot setzen, leider. Schade. So, dann werden wir mal diese Drohnenkontrolle machen. Ich vermute mal, dass der einfach sagt, äh, geht nicht. Oh, geht wohl. Ja, aber das ist eine einmalige Drohne. Vermute ich. Was steht denn da genau? Lebensspanne variabel. Verbrauchbarer Alpzauber der Drohnenbeherrschung. Das machen wir mal nicht. Da hinten ist ein Vieh. Wir müssen aber ja sowieso in die andere Richtung. Ich glaub hier bin ich sogar schon mal gewesen, oder? Ne. Sonst wär das nicht mehr da gewesen. Sonst wär das nicht mehr da gewesen. Was haben wir denn hier Schönes? Das muss alles inspiziert werden. Das hört sich so an, als wenn da jemand wäre. Was ist das für die Nightshade? Ähm. Was ist das für die Nightshade? Wo ist das für die Nightshade? Das wäre schon toll. Was das für die Nightshade? da ist noch was das nehmen wir mal mit dann mal da drauf das ist aber auch nichts da geht es runter na gut da gehen wir aber jetzt auch noch rein wenn ja böse geräusche sind ein breitschwert ein guter löffel den kann man nicht öffnen und ich vermute fast dass dieses schwert besser ist als das teil was ich hab und das ist richtig und deshalb kann ich das auch nicht benutzen ist nicht richtig naja kann verbessert werden kann die axt wahrscheinlich nicht das sieht schon sehr interessant aus das ist jedenfalls tief naja das ist ein bisschen schade dass der nebel so hart ist das sieht aber auch sehr stark danach aus dass nur da hinten die welt zu ende ist ja naja was da das sieht ja schon fast viereckig aus da ganz harte grenze an der seite schlafsack aber hier da da ist noch ein elixit na gut oh da oben ist noch ein turm ach so das ist das na da gehen wir irgendwann anders hin ist das der unterste äh sollte eine eine elixit ader der da ist vermutlich auch nicht nett können wir mal hallo sagen wahrscheinlich dann auch mit einem schlag töten haben wir noch was bist du eine Buse? ja ich glaube ich glaube wenn man wenn man schaden machen würde wird er gar nicht so schwer er ist halt ziemlich langsam aber man kann gut sehen wie viel schaden ich nicht mache wir haben ihn zwar verletzt aber ok da war der radius sogar ein bisschen größer als gedacht ja er ist auf jeden fall harmlos also harmlos im sinne von man kann den easy umgehen ja der ist auch schon wieder weg so und hier sollten wir einen interviewen oh Pfeile das sind keine einfachen Pfeile doch sind auch einfach Pfeile Lennart und du bist? ich bin Lennart seines Zeichens angehender Meisterjäger zumindest wenn Meister Geron mir gezeigt hat wie ich mit den großen Exemplaren fertig werde du verstehst dich also auf die Jagd ähm sagen wir ich übe noch und Pfeile an meine Jagdtechnik und was ist mit dir? kennst du dich in der Wildnis aus? na aber hallo ich bin der geborene Jäger ich bin die Wildnis nicht gewohnt ich bin die Wildnis nicht gewohnt nicht jeder von uns ist dazu berufen ein Meisterschütze zu werden aber je länger du dich hier aufhältst umso mehr wird die Natur dich lehren zumindest sagt mein Meister das immer wer weiß vielleicht kannst du von ihm auch noch etwas lernen was hast du als letztes gejagt? naja Meister Geron und ich haben ein paar Viechern aufgelauert die uns auf die Pelle gerückt sind wir konnten sie aufscheuchen aber haben nur einen Teil von ihnen mit Pfeilen beharken können gerade als ich dachte ich hätte den Rudelanführer im Visier ist mir der Bogen aus der Hand geglitten wie hast du das denn fertig gebracht? ich bin unglücklich gestolpert da habe ich mich wohl nicht besonders schlau angestellt jedenfalls haben die Biester dann Jagd auf uns gemacht so viel dazu hast du deinen Bogen zurückgelassen? natürlich ich habe sofort die Beine in die Hand genommen als wir attackiert wurden dass man seine Waffe nicht zurücklässt hat mir ja keiner beigebracht wenn du überleben willst ist das die Grundvoraussetzung jetzt weiß ich das auch aber wenn dich so ein Vieh allein mit den Augen frisst naja bist du denn zufällig noch länger hier in der Gegend? Meister Geron wollte mir bei der Suche nach meinem Bogen nicht helfen aber mir wäre schon daran gelegen ihn wiederzubekommen ich habe schließlich keine Ahnung wie man einen neuen herstellt keine Ahnung von nix naja hier das haben wir jetzt aber ich würde das gerne anders wenn das nicht der ist den wir interviewen sollen dann lieber das andere die Materialien zur Herstellung findest du in der Gegend die Bäume der Umgebung liefern dir das Holz und eine Tiersehne sollte auch nicht schwer zu bekommen sein ohne Bogen sehe ich da schon ein paar Schwierigkeiten Leinen geht auch naja ich kann es ja mal probieren dennoch wäre es einfacher für mich wenn ich meinen alten Bogen wieder in den Händen halten würde wenn du mir also hilfst werde ich meine Beute mit dir teilen außerdem hast du mir damit aus der Patsche geholfen das ist viel mehr wert wo genau hast du deinen Bogen verloren? es ging alles so schnell darum kann ich mich an die genaue Stelle nicht mehr richtig erinnern auf jeden Fall war es weiter im Norden unterhalb Goliaths in der Nähe der Felsen das ist keine große Hilfe naja vielleicht hilft es dir dass die Biester die dort waren mittlerweile weitergezogen sind das macht die Suche weniger gefährlich aber wenn mir noch etwas einfällt lass ich es dich wissen ich treibe deinen Bogen wieder auf wenn du das tust dann ist dir mein ewiger Dank sicher außerdem gebe ich dir neben meiner Beute noch ein paar Splitter oh und das muss natürlich unter uns bleiben ich will nicht dass Geron etwas davon mitbekommt wenn ich meinen Bogen erst einmal zurück habe würde er sich damit schon abfinden also quatsch ihn am besten nicht darauf an ja das war dann anscheinend nicht der den wir interviewen sollen dann schreibe ich mir den nur auf Lennart äh südlich von okay von Goliath Lennart und das war glaube ich Überleben 2 was wir brauchten um das andere auch noch zu holen dann werde ich mit dem später reden das Überleben 2 kriegen wir auch noch irgendwann oder recht früh wahrscheinlich voll kann ich den Fall mitnehmen dann machen wir das später hey du du schreckst mir die ganzen Viecher auf du bist wohl nicht oft in der freien Natur unterwegs was warum interessiert dich das ich will nur wissen ob du mir in die Quere kommst das hier ist mein Jagdrevier solange du mir meine Beute nicht abspenstlich machen willst betrachte ich dich als meinen Gast und wenn ich es mir recht überlege können wir vielleicht sogar voneinander profitieren natürlich nur sofern dich meine Waren interessieren und du bereit bist sie gegen ein paar Splitter einzutauschen mit dem haben wir doch jetzt noch gar nicht geredet du bist Jäger? natürlich was sollte ich sonst hier draußen aber wenn dich die Berserker geschickt haben Geron geht nicht wieder zurück in die Stadt warum nicht? ein Leben unter dem Schutzmantel von Goliath ist ungefährlicher aber hier bin ich mein eigener Herr also was ist jetzt? bist du nur hier um zu quatschen? was jagst du? ich jage alles was mir vor den Bogen kommt aber warum interessiert dich das? brauchst du eine Lehrstunde wie man jagt? du scheinst dir auf dein Jagdgeschick viel einzubilden natürlich nenn mir nur einen Typen der hier draußen mehr erlegt hat als ich mit dem Bogen bin ich unschlagbar von Geron lernen heißt vom besten lernen auch wenn nicht jeder dieses Geschenk zu würdigen weiß mhm worauf willst du hinaus? ach nicht so wichtig außerdem war es ja auch zum Teil meine Schuld jetzt rück schon raus mit der Sprache mhm immer diese Ungeduld dann sperr die Ohren auf vor ein paar Tagen war ich mit Lennart auf Jagd auch wenn ich bis heute nicht weiß was mich geritten hat ihm das Jagen beizubringen jedenfalls haben wir in dem Rudel Raptoren nachgestellt der Junge hat sich dabei allerdings so ungeschickt angestellt dass wir bald die ganze Meute am Hintern hatten entkommen sind wir zwar aber seitdem lauern uns die Viecher auf und streunen in der Nähe herum mhm ich hätte sie schon längst zur Strecke gebracht genau und danach hättest du die Alps im Alleingang erledigt schon klar es steht dir natürlich frei es zu beweisen nur zu denn wenn die Biester nicht bald das Weite suchen muss ich wohl doch Hilfe aus Goliath holen wegen der Raptoren hast du ihre Fährte schon aufgenommen? wie gesagt sie lauern in der Nähe und wechseln ständig ihre Position aber wenn ich die Zeichen richtig deute halten sie sich derzeit westlich von hier auf warum jagen wir sie nicht gemeinsam? ich gehe nur mit Leuten auf Jagd denen ich vertrauen kann mein Nebenmann muss die Stellung halten wenn es brenzlig wird noch einmal so einen Reinfall wie mit Lennart kann ich mir nicht erlauben aha du kannst dich auf mich verlassen nein Geron vertraut dir nicht bring mir etwas bei sicher ok ähm ja gut das ist halt wieder so einer ja aber wieso können wir das mit dem Bogen wir hatten ja mit dem jetzt noch gar nicht gesprochen wo ist mir Goliath wenn es dich dorthin verschlägt? hatte ich doch mit dem geredet? dann habe ich das jetzt überspeichert ähm naja ok naja gut ist jetzt auch kein Drama dann muss ich das natürlich kann ich das wieder streichen ich meine ich hätte das eben geladen aber dann wohl nicht na gut ähm ja dann dürfen wir das natürlich mit dem Bogen nicht sagen äh äh ein Berserker wurde ermordet ach wen hat es denn erwischt? hm wann warst du das letzte Mal in der Gegend um Goliath? ich bin schon seit Wochen nicht mehr dort gewesen wie viele Wochen genau? wie viele Wochen genau? etwa vor zwei Monaten ok dann sollte man uns das wahrscheinlich aufschreiben meint er wäre zwei Monate lang nicht in Goliath gewesen womit jagst du eigentlich? es gibt nur eine einzig wahre Waffe für die Jagd der Bogen alles andere gehört in die Schlachterei aber nicht ins Jagdrevier mhm du bist recht stark für dein Alter immer an der frischen Luft das weckt Kräfte und Geron bleibt gesund warst du schon mal in dem Waldstück direkt vor Goliath? es gibt keinen Ort von Edan wo ich noch nicht gewesen wäre ich sag dir das Fleckchen Erde hier unten ist für die Jagd am besten sein Name war Ascor kanntest du ihn? Ascor? du meinst diesen intellektuellen Schnösel? ja den kenn ich nur weil er lesen konnte hat er uns einfache Leute immer behandelt wie Dreck der alte Warlord Ragnar hat ihm alles durchgehen lassen als ich noch in der Stadt war Ragnars Liebling sag ich dir dem geht man besser aus dem Weg ähm aber er ist tot sagst du ja? naja auch gut hey verhörst du mich hier etwa? ja aber du kannst der Mörder von Ascor nicht gewesen sein ach ja? und wie kommst du darauf jetzt so plötzlich? du benutzt deinen Bogen Ascor wurde mit dem Schwert getötet aha na dann dann lass gefälligst diese dämliche Fragerei klar? aha okay dann hätte ich mir das wohl nicht aufschreiben brauchen zeig mir was du hast sag mir was du hast vielleicht sollten wir hier die auch direkt kaufen mhm verboden na na dann brauchen wir hier jedenfalls später nicht mehr runter um mit dem zu reden äh naja gut wir müssen aber auch noch Eisenader äh diese Quest machen mit den Raptoren die werde ich hier wahrscheinlich aber auch noch nicht platt bekommen ähm da hinten ist wieder so ein Vieh ähm und noch einer naja naja es macht wahrscheinlich keinen Sinn die anzugreifen hier an der Stelle ein Krug den kann man wieder mitnehmen zu verkaufen ähm 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 na gut dann gucken wir mal ja ja Jagdverlust wo ist das? Lennartsbogen okay das ist ja quasi nebenan Okay. Kann natürlich sein, dass hier irgendwo diese Raptoren dann aus dem Busch springen. Hey, Pflanze. Hm. Naja, wahnsinnig weit sollte das eigentlich gar nicht mehr weg sein. Ja. Nein. Da vorne. Äh. Das sind wohl keine netten Leute. Verlorene. Oh. Okay. Aua. Mal gucken, ob die sich gegenseitig bekämpfen. Hm. 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 Ja. Ja. Machen. Einfach. Hm. Ja. Das hat überhaupt keinen Schaden. Da bräuchte. Ja. 200 Pfeile für. Ja. Ja. Das kann man wohl vergessen. Was ich aber machen kann. ist. Ja. 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 Da. Ja. 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 Dann bringen wir dem den Bogen mal. Okay. Ich kann natürlich auch mal gucken. Was denn dieser Bogen so kann. Lennarts Bogen. Schaden. 40. Unverkäuflich. Einfach Holzfall 215. Hm. So macht denn der jetzt 215. Den würde ich aber auch gar nicht benutzen können. Weil die Anforderungen viel zu hoch sind. Lag da noch was? Nein. Hier der Bogen. Hier der Bogen. Hier. Dein Bogen. Und in einem Stück? Sehr gut. Ich hätte Wochen gebraucht um einen neuen anzufertigen. Du hast mir viel Arbeit erspart. Jetzt kann ich mich wieder auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Das hier ist für dich. Mhm. Drei Fell, 15 Splitter. Die Erfahrung habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich habe gerade nicht gesehen. Ich vielleicht da bekommen habe. Wir sind auf jeden Fall gestiegen. Dann erhöhen wir mal die Intelligenz. Ach, das kostet jetzt auch noch mehr, das zu steigern. Puh. Ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich mit der Konstitution angefangen. Weil das sind ja jetzt dann noch vier Level. Mh. 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 Alles nicht optimal. Das ist auf jeden Fall. So werden das noch ordentlich viele Stufen. Naja, aber das ist dann halt ziemlich direkt erreichbar. Das ärgert mich jetzt. Na gut. Waffen aufrüsten. Das ist dann das, was ich wohl lernen werde. Um mit dem Bogen vielleicht mal Schaden zu machen. Das wäre ja schon ganz cool. Handwerk. So, dann gucken wir mal. Erden. Clanstreit. Ja. Mh. Ja. Da ist es so. Ja. 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 Ah, das Gefährten. Zu nem Zahn? Ne, auch nicht. Puh. Hm. Vielleicht hab ich ja auch gar keine Quest für bekommen. Na, aber ich sehe jetzt hier nichts. Von wegen bringen diese Viecher um. Aber das Missionsding ist echt unübersichtlich. Ich soll eine der Befragungen... Ja, und dann können wir wieder zurück. Nee. Also da sehe ich jetzt keine Quest. Vielleicht ist es einfach nur... Wenn wir die umbringen, dass wir das dann machen, abgeben können, aber... Also keine Quest, die getrackt wird. Okay. Das sollte ich mir dann auf die To-Do-Liste aufschreiben. Äh, äh, südlich... Äh, südlich... ...von Gulliet... ...Geron... ...Geron... ...Raptoren für... ...töten... Oh, da ist noch ein Pfeil. Äh, südlich. Äh, südlich. Aber schon seltsam, dass wir da jetzt keine Quest für haben. Wer hat dir erlaubt, Lennart seinen Bogen wiederzubringen? Er brauchte ihn, also habe ich ihn geholt. Das war dumm von dir. Jetzt lernt er seine Lektion nie. Ich muss es leider so deutlich sagen, aber mit euch Fremden hat man nichts als Ärger. Hm. Wegen der Raptoren. Warum jagen wir sie nicht gemeinsam? Ich gehe nur mit Leuten auf Jagd, denen ich vertrauen kann. Und da du meine Lektion für Lennart durch die Rückgabe des Bogens vereitelt hast, bin ich mir bei dir nicht sicher. Solltest du aber doch noch einen Weg finden, ihnen den Hals umzudrehen, wird Geron dich zu entschädigen wissen. Die erledige ich im Alleingang. Dann setz mich noch schnell als deinen Erben ein. Egal wie stark du sein magst. Das ist nicht nur gewagt, das ist lebensmüde. Lass dich überraschen. Naja, jetzt haben wir das so auf der Lauer. Hm. Und einen Rudelführer. Ja, kann nicht wahrscheinlich froh sein, wenn ich da einen vom Tod bekomme. Ähm, ja, dann gehen wir hier erstmal wieder zurück. Oder hatten wir... Moment, da war noch einer. Der irgendwas im Süden... Süden von Goliath. Der ist aber auch... Naja, dann gehen wir hier erstmal zurück. Ja. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt diesen Begleiter dazu holen können. Und, äh, den Skill lernen. Ein Wort zum Mord an Ascor. Geron ist ein Jäger. Er benutzt einen Bogen. Hätte er Ascor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Ascor wurde aber mit einem Schwert getötet. Richtig. Hm, gut beobachtet. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Hm, du brauchst einen Waffengefährten? Na gut, ich bin hier gerade wohl entbehrlich. Ich werde allerdings gelegentlich mein Jetpack benutzen. Ich weiß. Ich hab ja noch eins, das ich noch nicht zum Schlund gebracht habe. Kannst du denn damit umgehen? Du bist Berserker. Mach dir mal keine Gedanken. Ich werde schon klarkommen. Was hast du vor? Das werde ich unterwegs entscheiden. Wir treffen uns bei den Ruinen vor Goliath, wenn wir getrennt werden. Okay, ich bin dabei. Vergiss aber nicht, dass wir noch einen Mord aufzuklären haben. Mein Volk hat es immer wieder geschafft, die Alps zurückzudrängen. Nur mit der Kraft eines wahren Kriegers und der Magie. Das ist sehr cool, dass die auch direkt sagen, was da passiert. Also, dass das nicht nur technisch ist, sondern der sagt, ja, dann treffen wir uns da wieder. Und mein Jackpack kann ich auch benutzen. Sehr cool. Mitkommen. Okay. So, was würde denn jetzt passieren? Lass den Unfug. Ja, ja, lass den Unfug. Wenn wir jetzt hier... So, kommt der nach? Ah, ja. Okay. Gut, dann gucken wir mal, ob wir nochmal mit dem... Ob wir uns verdient gemacht haben. Was meine Unterstützung angeht... Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. An Grimms Test hast du bestanden. Das war gut. Born sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Man erzählt sich, du hättest einem Kleriker zur Flucht verholfen. Das ist nicht hinnehmbar. Allerdings war meine Frau daran wohl auch nicht ganz unbeteiligt. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Na, super. Okay. So, Handwerk. Persönlichkeit. Handwerk ist Alrek. Dann gehen wir mal zu dem. Und dann werden wir mal den Bogen verbessern. Und dann machen wir vielleicht Schaden. Und dann gehen wir mal weiter runter. Bisher ist die KI zumindest auch nicht komplett doof. Jorah. Mit dem können wir aber auch nochmal reden. Das könnten wir auch machen. Mhm. Machen wir aber nicht. Jetzt zumindest nicht. Äh. Du. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Waffen aufrüsten. Mhm. Bams. Jetzt sind wir schon bei drei Handwerk. So, jetzt können wir da wieder direkt hoch teleportieren. Das setzt natürlich jetzt voraus, dass wir auch die, das Material haben, um diesen Bogen auszubauen. Knochen. Kosten, Elixit, Purusmana, Knochen. Oh. Und dann könnten wir die Waffe aber nicht mehr verwenden. Das wäre mir dann wahrscheinlich auch nicht von Vorteil. Und es braucht auch noch 30 Stärke, damit man das dann... Naja. Naja. Naja, war jetzt nicht umsonst, das gelernt zu haben. Aber... Aktuell kann ich das auf jeden Fall noch nicht verwenden. Naja. Na gut. Na gut. Dann... Ja, könnten wir vielleicht das hier machen. Ja, oder sogar die Raptoren töten. Oder wir holen erstmal unsere Ausrüstung zurück. Hauptmission. Gestohlene Gerätschaften. Das ist ja verhältnismäßig nah eigentlich. Dann gehen wir hier hin. Und dann da. Links vorbei. Dann da haben wir direkt mal Böses. Auf geht's. Auf geht's. Mhm. Zähne halten. Den hätte ich vielleicht sogar selber töten können. Da ist ein Raptor. Skeks. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Mal gucken, ob... Ja, der war zu stark. Habe ich dann noch nicht gespeichert? Mehr vor Augen. 25. So, Skeks. Was geht's hier an den Kragen? Äh, laufen wir hier bis zur Wache. Das Vieh mach ich platt. Na dann, hau rein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Steck die Waffe ein. Noch so ein Biest. Kann sein, dass mein Begleiter gestorben ist. Na, ist bewusstlos. Scheiße. Ich dachte, du hältst mir den Rücken frei. Hm. Ich helfe dir. Mit vereinten Kräften. Äh. Töte ihn, töte ihn. Töte ihn. Äh. Äh. Ja, aber dass der hier auch stirbt, wollte ich eigentlich nicht. Dann, äh, lade ich doch nochmal. Hm. Das kriegen wir aber auch so hin, ohne dass der stirbt. Dafür muss nur mein Begleiter über längeren Zeitraum leben. Hm. Hm. Eigentlich wär's halt gut, wenn der hinter mir herläuft. Bö, 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 bö. Okay. Da ist er wieder. Jetzt reicht's mir. Naja. Da liegt er wieder. Scheiße. Ich dachte... Los geht's. Jo. Töte ihn, töte ihn. Töte ihn. Das Vieh mach ich platt. Rette mich. Ich helfe dir. Hm. Er will ja nicht weiterlaufen. Ich helfe dir. Naja. Okay, da kommt jetzt die Wache mit an. Hm. 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 Ja. Sieht ganz gut aus. Na, da hab ich dir noch platt gemacht. Sehr bravrös. So. Gut. Äh. Ob mir das jetzt was gebracht hat? Ich weiß es nicht. Aber... Gut möglich, dass da irgendwann dann noch eine Quest kommt von wegen. Äh. Bring mir den um. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Ein wahrer Krieger trägt seine Waffe und seine Rüstung mit Stolz. Hm. Na, okay. Ja. Dann werden wir beim nächsten Mal weiterreisen. Nach... Ray. Nach da oben. Ja, mal gucken, ob wir bis zum nächsten Mal da ankommen. Oder hier, äh, äh, na, dass ich hier irgendwo mich, äh, festsetze. Wie bei diesem Kampf. Ähm. Ja, also dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denne!